Ich möchte Sie bitten, sich zu erleben. Ich frage Sie, wollen Sie Dirk Hessel, die hier anwesende Maria Metzl, da zur Frau nehmen, Sie lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will, 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 ich will. Was ist denn, Schatz? Ich habe etwas ganz fürchterliches geträumt. Wir haben geheiratet und ich habe, ich habe Ja gesagt. Ja, und? Ja, und dann kamen Außerirdische und haben dich entführt. Führt, 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 führt. Was ist denn los, mein Schatz? Schlecht geträumt? Ja, ich habe geträumt, wie du geträumt hast, dass wir heiraten. Und es war ein Albtraum für dich. Und dann hast du versucht, dich auszureden. Das war fürchterlich. Aber es war doch nur ein Traum, Schatz. Ja, dann sag mir jetzt, dass du mich liebst. Und dass wir heiraten werden. Aber ja, mein Liebes, ich liebe dich. Und wir werden auf jeden Fall heiraten. Ah! Was hast du denn, mein kleiner, starker Bär? Ein fürchterlicher Albtraum. Du wolltest unbedingt, dass ich dich heirate. Dabei bin ich heimlich in jemand anderen verliebt. Verliebt. Hallo? Hallo, Herr Hessel. Ich frage Sie noch einmal. Wollen Sie Maria Metzelner zur Frau nehmen? Hä? Hä? Äh? 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 Ja. Ja, ich will. Applaus